Ich verpasse meinen Termin wegen dir, weil ich dich zur Schule bringe und dann haust du da ganz einfach ab. Deine Mutter hat sich auch in Luft aufgelöst. Ich war bei euch zu Hause. Wo kann deine Mauer denn sein? Ohne mein Männlein kann ich nicht einschlafen. Was? Du musst mein Männlein holen. Ohne euren Schlüssel kann ich gar nichts holen. Aber wir haben doch einen Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Deutschland ist ja auch direkt bei Basel so dran und ist aber schon anders. Also ich finde, andere Mentalität, anderer Humor, viel schneller. Also ich finde, ich fand am Anfang hier alle Leute total eloquent und schnell und kam mir immer so vor, als wäre ich so langsam einfach. Und das vermisse ich schon. Also manchmal so halt so ein Heimatgefühl, was ich hier auch habe, aber anders. Ich komme aus einer Familie. Wir haben total viel Musik gemacht, immer früher, weil wir auch eine große Familie sind und irgendwie so viel gesungen haben. Aber, und ich mache das eigentlich auch total gerne, ist wichtig, aber irgendwie ist es so, ich habe mich noch nicht die Leute gefunden, wo man jetzt sagen würde, okay, man macht jetzt Musik. Ich würde es nicht irgendwo alleine singen unbedingt wollen oder so. Chor habe ich früher viel gesungen. Ich habe viel gesungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020